Hi zusammen, ich freue mich riesig, denn ich sitze hier mit meiner ältesten Kleinschwester, Skipper. Nur du und ich, wir beide zu zweit im Vlog, das hatten wir echt lange nicht mehr. Richtig, das hat mir so gefehlt. Euch habe ich am meisten vergesst. Und sie haben dich auch vermisst, haben ständig nach dir gefragt. Also, hier ist sie wieder. Hier in Los Angeles ist der Frühling wie der Sommer. Man kann draußen sitzen, so wie jetzt. Ja, es ist wundervoll. Wir sind an der frischen Luft und wenn wir wollen, können wir auch in den Pool. Oder wir machen eine Mystery Challenge. Ja, Überfall. Zur Auswahl stehen die Pizza Challenge, die Lach-Blos-Nicht-Challenge, die Schnelles-Zeichnen-Challenge und die Schnelles-Erzählen-Challenge. Was auch immer du ziehst, das ist dann dran. Oh, die Schnelles-Erzählen-Challenge. Das ist lustig und so funktioniert's. Dein Gegner gibt dir drei Worte vor. Du musst innerhalb von zehn Sekunden eine Geschichte mit diesen drei Worten erzählen oder du verlierst. Der nächste Spieler muss versuchen, an deine Geschichte anzuknüpfen und in zehn Sekunden die nächsten drei Wörter einbaut. Und so weiter. Alles klar? Los geht's. Schere, Stein, Papier. Ja, du fängst an. Okay. So, deine Wörter sind Zitrone, Tablette und Mond. Bereit und los. Okay. Harper wollte schon immer zum Mond, um da Zitronen zu pflanzen. Aber sie hat Halsschmerzen bekommen und stattdessen lieber Tabletten gekauft. Ja, geschafft. Alle drei. Geburtstag, Katze, Tennis und los. Okay. Als Harper sich besser fühlte, veranstaltete sie eine Geburtstagsparty und sah zu, wie ihre Katze Zitrone Formidable Tennis spielte. Boom. Rosen, Kolibri, Tiger, los. Okay, also die Katze namens Zitrone war eigentlich ein Tiger, der Rosen liebte und er unbedingt Rosen auf den Mond pflanzen wollte, um Kolibris anzulocken. Ja. Wisst ihr, Kolibris lieben Rosen. Ganz besonders Weltraumkolibris. Ich bin ein Weltraumkolibri. Mal sehen, universell, liebe Geburtstag. Wieso denn schon wieder Geburtstag? Ich übernehme jetzt diesen Vlog, um euch allen den Musikmix für Barbies Geburtstagsparty vorzuspielen. Du bist die Beste. Es geht los mit We're Taking Over, dann ein kleiner Ausschnitt aus Train Hard, Play Hard und dazu noch ein Teil aus Universal Love. Wie cool. Drei, zwei, eins. So viel zu sehen, so viel zu tun, lebt deinen Traum, lass sie nicht ruhen. Zögere nicht, nimm meine Hand, alles ist möglich, komm, sei gespannt. Aber das ist unglaublich. Ist das nicht einfach toll? Wahnsinn. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, dort könnt ihr die Musikvideos checken. Dann könnt ihr euch die Songs auch in voller Länge anhören. Ganz klar, dieser Song wird noch dermaßen durch die Decke gehen. Bereit? Peace! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.